Altenbeuten ist eine Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Erfüllende Gemeinde für Altenbeuten ist die Gemeinde Kautsdorf. Geografie Die Gemeinde liegt im Naturpark Thüringer Schiefergebirge obere Saale oberhalb des Hohen Wartestausees. Das Rundlingsdorf befindet sich links des Hohen Wartestausees auf einer Hochebene des Südostthüringer Schiefergebirges am südlichen Ende der Hochlage. Um Drucknitz Die Nutzflächen besitzen die guten Bodenfruchtbarkeitsmerkmale der Böden des Schiefergebirges. Auf den Anhöhen um die Hochfläche steht Wald, der sich an den Hängen der Saale fortsetzt. Geschichte Die Gemeinde wurde erstmals am 16. März 1120 als Boutine urkundlich erwähnt. Der Ort gehörte bis 1815 zum kursächsischen Amt Ziegenrück und kam nach dessen auf dem Wiener Kongress beschlossenen Abtretung an den preußischen Landkreis Ziegenrück. Zudem der Ort bis 1945 gehörte. Der Ort besitzt drei Gasthäuser zur Touristenbetreuung. Die hohe Leite ist seit jeher der schönste Aussichtspunkt. Gegenüber der Saale-Talsperre liegt die bekannte Linkenmühle. Seit langer Zeit besteht schon die Camping-U-Freizeitanlage Drochkau am Thüringer Meer. Die Bauern bewirtschaften die Nutzflächen und bewirten zudem Urlauber seit langer Zeit. Seit der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Obere Saale am 1. Januar 1997 wurde Kaulsdorf zur erfüllenden Gemeinde für Altenbeuten. Entwicklung der Einwohnerzahl Datenquelle ab 1994 Thüringer Landesamt für Statistikpolitik Der Gemeinderat von Altenbeuten setzt sich aus sechs Mitgliedern der CDU zusammen. Bürgermeister ist Lothar Linke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017